Die Orthopädie Schultechnik Schwarzenberg, ein Gesundheitsunternehmen, dem Ganzheitlichkeit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt. So achtet der Betrieb auf optimale Arbeitsbedingungen, gesunde Materialien, umweltfreundliche Maßnahmen, vom Fußboden über den Dienstwagen bis zur Photovoltaikanlage. Die Atmosphäre ist gut, die Mitarbeiter hoch motiviert. Unser Unternehmen zeichnet sich aus, dass wir den Umweltschutz leben in vielen kleinen Einheiten. Das heißt, wir beginnen bei dem Stoffbeutel, den wir unseren Kunden mitgeben. Wir verzichten auf Plastiktüten. Das geht über Fußbodenbeläge, die kompostierbar sind, über Pflastersteine, die Regenwasser absorbieren. Wir benutzen umweltfreundliche Leime, die speziell ohne Konservierungsstoffe, ohne Lösungsmittel sind. An die Philosophie der Schwarzenberger Orthopädie mussten sich die Kunden erst gewöhnen. Heute bringen sie wie selbstverständlich sogar ihre eigenen Handtücher mit und schätzen die Umsicht der Mitarbeiter. Beim Ledereinkauf achten wir darauf, dass Giftstoffe wie Quecksilberersehen nicht mehr vorhanden sind, weil bei der Herstellung werden die nicht mehr benötigt. Und wir sind es einfach den Kunden schuldig, dass diese Stoffe nicht mehr an den Schuhen vorkommen. Sozial und verantwortungsvoll engagiert sich das Unternehmen für die Umwelt und übernimmt damit eine Vorreiterrolle für andere Handwerksbetriebe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017